Götter Zertifikat B1 Prüfung Sprechen Thema Verkaufen im Internet Das Thema meiner Präsentation ist Verkaufen im Internet. Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich Ihnen von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen. Danach beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Dann möchte ich über Vor- und Nachteile sprechen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Heutzutage können wir Gebrauchtes sehr gut online verkaufen und uns viel Zeit dabei sparen. Jetzt geht es um meine persönlichen Erfahrungen. Ich hatte eine Kamera. Ich brachte die nicht mehr. Ich habe eine Anzeige im Internet gemacht und dann habe ich geschrieben, dass ich meine Kamera verkaufen will und danach haben viele Leute mich angerufen. Dann habe ich so gut meine Kamera verkauft. Jetzt würde ich gerne über die Situation in Armenien sprechen. In meinem Heimatland ist Verkaufen im Internet nicht so beliebt. Viele Leute finden diese Art des Verkaufens gefährlich und haben Angst vor Betrügern. Die Leute in Armenien sind sehr misstrauisch. Nun erwähne ich einige Vor- und Nachteile. Vorteil, das Internet ist ein passender Ort, um alte Gegenstände und gebrauchte Ware zu verkaufen. Wir können alle Dinge gebrauchten Artikel bequem über das Internet verkaufen. Oder alte Dinge kann man ideal im Web verkaufen. Online-Shopping ist bequem und Spachzeit im Vergleich zum gewöhnlichen Shopping. Wir können einfach und schnell alle Artikel verkaufen. Zum Beispiel, wenn man etwas verkaufen will, normalerweise muss man in die Stadt gehen. Von einem Geschäft zu dem anderen Geschäft. Im Internet, sie können ganz schnell verkaufen. Sie sitzen ganz gemütlich zu Hause. Zum Beispiel, ich setze mich zu Hause am Computer. Und dann ganz gemütlich verkaufe ich zum Beispiel meine Kamera. Oder nach halber Stunde verkaufe ich ein Buch. Nachteil Manchmal hat man kein großes Vertrauen zu den neuen Online-Shops. Jeder Verkaufer und Käufer muss mit Bedacht ausgewählt werden. Die Kunden haben nicht die Chance, das Produkt vor dem Kauf in die Hand zu nehmen oder vor dem eigenen Auge zu begutachten. Meiner Meinung nach, das Internet ist eine ideale Plattform zum Verkaufen und wir können sehr bequem unsere Ware verkaufen. Das war meine Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.